So, also ich habe mir tatsächlich mal ein bisschen aus Zeit gegönnt jetzt, es waren ein paar anstrengende Wochen und ich will das Wichtigste zuerst loswerden. Am 17. September geht es jetzt weiter. Das heißt, wir werden erneut anpacken, die nächste Arbeitsphase steht an, das steht schon quasi vor der Tür, bis zum Ende des Monats. Wir haben eine Menge geschafft, ich gebe euch auch wieder ein paar Impressionen. Aber nichtsdestotrotz, ja, es war auch nicht ganz leicht diesmal. Wir hatten ein paar Rückschläge, das Internet hat am Anfang nicht im Haus funktioniert. Wir haben eine Absage kassiert von einem der Bodenleger, das heißt, wir mussten warten. Inzwischen ist der Boden gegossen worden, ja, alles steht so weit, wie härtet aus. Das heißt, die Werkstatt kann jetzt auch angefangen werden. Wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, bis zum Ende des Jahres die Werkstatt fertigzustellen, aber es geht zumindest auch im Haus noch weiter. Das heißt, wir haben weitere Ansätze geplant, es soll weiter aufgeräumt werden, ein Container ist weg. Adieu, Kamerad! Wir haben eine Menge Listen gemacht, wir haben auch viel davon schon geschafft. Kommt vorbei, helft mit! Und ja, mir bleibt weiter nichts zu sagen, als ich freue mich auf euch und ich gehe jetzt erstmal eine Runde baden. Ciao! Da, ich hab dich gegessen. Ich gehe jetzt mal wiederseitig zu sehen. Das hier steht DM- stad � Chr einfach. Oh ja! Danke, ruhig! Bistarsch mit Dirns Mass.